Ah, alles klar. Was ist hier unten noch? Da ist ein so ein Viech. Zwei so Viecher. Okay, also nichts Dramatisches. Der ist unten. Abhängen. Okay. Ich habe ja ein wenigstens gehofft, es geht automatisch. Aber das wäre jetzt ehrlich gesagt auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, oder? Ja, ja, das stört mich nicht. Ich frage mich nur gerade... Ah, Frage beantwortet. Pfeile? Ah, Pfeile. Nein, keine Pfeile. Was ist da? Nein. Okay. Okay. Ach, der ist unten. Äh, ja gut. Hä? Ach, nee. Ach, nee. Oh. Okay, Moment. Da komme ich so gar nicht durch. Ah. Hopp. Der hängt doch in der Mitte irgendwo fest. Okay, doch nicht. Oh. Dafür ist der da! Schau mal, in der Kuck. Dafür ist der da. Das andere, falls es wieder zurückgeht. Aha. Okay. So. So. Stürm. Alles klar. Ich muss die beide töten, oder? Anders kann ich mir das jetzt auch gerade nicht vorstellen. Mein Gott, dreh dich doch einfach in irgendeine Richtung. Hauptsache, du kriegst einen Triesel. Hier geht es trotzdem nicht weiter. Hä? Hä? Och, nee! Ah, dafür ist das da. Ja gut, dafür musste ich die trotzdem beseitigen. So. Das macht jetzt aber Sinn. Äh, doch, ist richtig. Ach, scheiße. Komm. Okay. Okay. Ach, shit! Muss ich den echt rausholen? Was denn du gedönst, ey? Gar nicht so easy, wie es aussieht. Mann. Da hab ich gedacht, ich bin hier relativ schnell fertig. Also. Gut. Mit dem Raum vielleicht. Äh. So. Ey, der läuft jetzt rückwärts. So, das müsste der letzte jetzt sein. Okay. Okay. Cool, jetzt ist der offen. Okay, in welchem... Da bin ich drin. Äh, nee, Moment. Hä? Ich bin hier grad so dezent überfordert. Mh, was? Nein. Doch. Nee. Hä? Nein. Irgendwie... Sekunde. In dem Raum komme ich. Gleich. Die haben nirgendwo so ein Ding gedöns nach unten. Das heißt, ich muss das anders machen. Wir haben auch alle keins nach oben. Das ist noch beschissener. Nee. So kann man das natürlich auch belassen. Dann muss ich hier nur zurückrennen. Ich muss nur die beiden dann irgendwie verknüpft kriegen. Nee. Lecko mio. Das ist gar nicht so easy, wie es ausseht. Das ist ja schon mal ein Anfang. So. Das wird nie was. Nie was. Jetzt habe ich die beiden zusammen, aber der Rest fehlt. Oh Gott. Ich muss den da... Den kann ich natürlich nicht bewegen. Ich muss den in die Ecke kriegen. Ich kriege den da aus der Ecke aber nicht raus. Weißt du was? Ich gehe jetzt das Triforce holen. Triforce. Und gehe dann zurück. Was zur Hölle? Boah, Zombies. Ernsthaft? Hier kann man ja runterfallen. Und scheiß. Okay, Moment. Irgendwo muss ich hier lang. Was? Bitte seht, Gebieter. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Pharoah. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Oh cool. Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen, um das heilige Wappen zu erreichen. Wie denn? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ein Schlüssel wird benötigt. Ah. Na, wo ist denn der Schlüssel? Wo? Was? Nix drin! Hat der sein können. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Wo ist wohl der Schlüssel? Scheiße. Wie mache ich das denn? Ja. Ich muss doch irgendwo noch einen Schlüssel finden dann. Wahrscheinlich in einer der beiden Räume. Mit den Kisten. Cool, die sind wieder da. Äh, ja. Die beiden haben Kisten. Scheiße. Wie mache ich das denn? Ja, okay. Durch die Tür komme ich sowieso nicht durch. Aber ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche vorher wirklich einen Schlüssel. Hm. Okay, Leute. Meine Zeit wird knapp. Ich habe keine... Ich muss arbeiten. Ja, ich nehme momentan gerne frühs auf. Einfach um wach zu werden. Äh, ja. Und deswegen muss ich jetzt mal... ...vorspeichern. Irgendwie. Ja, lol. Die Abkürzung hätte ich auch nehmen können. Äh, nein. Hilfe! Nee, ernsthaft jetzt. Ach, Quatsch. Ähm, ja. Das ist jetzt uncool. Ich kann nämlich nicht einfach die Konsole anlassen gerade. Ah, Moment. Da ist noch eine Tür. Ah! Ich habe die Räume umgeschoben, ne? Oder? Das ist noch der Waldraum. Aber da komme ich natürlich nicht weiter. Oh, Holy. Wie komme ich denn hier wieder raus? Äh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Egal. Hier ist eine Charge zum Speichern. Das reicht mir schon. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Zert. Und immer schön fluffig bleiben, Leute. Immer schön fluffig bleiben. Bis dann. Ciao.